Du turnierst mit der Faust, okay. Ich wäre ja gleich tot, ich habe ein halbes! Renn mal! Hab ihn rot! Oh mein Gott! Das muss richtig low sein! Ist das dein Ernst, wenn du jetzt stirbst? Nein! Nein! Ich habe ein halbes! Oh mein Gott! LoL! Ich habe dein Tier in die Tür geboostet! Husten! Herzlich Willkommen zu IronSyrSG, da ist der Marco! Hiii! Hiii! Na? Hat eine Waffe und ein Gott! OM-Rawphilcopter! Los! Achso, ja ok! Moinsen! Hiii! Hi! Warte, lass den! Ja, hol dir den! Ich habe ihn dir! Such dir aus, sie sind beide schick! Kann er zwei? Danke! Können sie sich bitte Mühe geben? Hinter dir! Brenn! Ich kenne den Typen sogar! Wenn es der echte ist, dann leider 20k der Typ! Der macht PS3 Let's Plays! Oh mein Gott! Wie viel so low? Als ob das der ist! Ok! Da ist noch einer! Geh mal einen Schword! Oh, ups! Ja, hallo! Hinter dir! Hinter dir! Ja, wow! Hä? Hier! Komm! Wenn du die Waffe nicht einsam... Schlag mich doch nicht! Ich bin doch schon low! Da sind noch mehr Leute! Geh weg! Alter! Massenschlägerei! Ja, die sind eigentlich voll schlecht equipped alle! Hallo, wir auch! Ich habe nur eine Brust! Dieser eine ist halt hier richtig low... Also richtig schlecht! Dieser, der unten im Wasser ist, ne? Ich habe den... Nicht! Was hackt der? Den richtig komischen Hits! Der richtig komische Hits gegeben! Ähm... Der andere Typ ist halt noch am warten, ne? Wollen wir lieber hier hinten bei mir raus? Weil dann... Hier? Wieso sind hier so viele? Renn, 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 renn! Ja, genau! Oh nein, ich bin so tot! Das kannst du voll vergessen! Das kannst du voll vergessen! Die ganze Mafia war da! Ich bin tot! Alles klar! Hey, Leute! Willkommen zu Eurone SG! Mit dabei ist der Marco! Hiiii, Mates! Ab geht's! Bist du von oben? Hm, fast! Ja, bei mir ist einer mit gleich Mittelskin! Ich glaube, das ist gleich Mitte gewesen! Der echte? Ja! Ja, ich habe zwar ein paar Sachen, aber hier sind halt die Leute! Komm mit! Grüß! Da hättest du Wasserfall! Der Wasserfall! Ach, da hinten! Meine Waffe! Als ob du die vorher bekommen hast! Ich kann mich drauf klar gerade! Hä? Du warst so viel later da! Hex! Von Sarah! Okay! Sei fair! Klauen wir nicht alle! Ja, ja! Ich bin zu fett! Hä? Hä? Alles auf! Verhau dich! Au! Gib mir die Waffe! Hier! Oh, warte! Nimm dir die Eisenachse an, dann habe ich dein Schwert! So! Okay! Hör doch auf! Komm, 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 komm! Wir holen dir eine Eisenbrust! Hier ist auch eine Teatro! Ich brauche Karotten! Oh, sorry! Herr, warte mal! Du musst rechts rum, aber egal! Ich wollte gerade sagen, ist das Ding noch da? Diese Eisenbrust? Oha! Hier ist alles gratis mit extra Käse! Hier! Bist du? Ja! Du brauchst keine mehr! Hä? Doch! Geh weg! Nein! Hör doch auf! Ich hab die doch schon hier liegen! Du bist du! Komm, da unten ist einer! Der kräht doch gerade wieder hoch! Lass den kastrieren, okay? Oh, der hat einen Melonskin! Oh, der ist bestimmt voll fruchtig! Oh, der springt! Herzverkackt! Tschüss! Da hinten! Auf App 70! Die haben alle so schlechtes Lachen! Alles, was ihr Herz begehrt! Okay, ich glaub da vorne... Ja, doch da ist auch einer! Jaaaa! Wir schnitzeln können! Kann mal jemand gut sein? Wenn das ein bisschen spannend ist? Ja, so richtig so intens und so! Oh! Oh! Oh, wie süß! Oh! Jetzt geht ein Kaktus gelaufen! Hab gestoppt! Haha! Du hast es immer alles abgestoppt, weil Kaktus hast! Ich kann zwei Eisenschwerter machen! Ich hab nur einen Steak! Hast du noch... Oh, Pfeile! Ups! Hast du noch einen Steak? Dann kann ich auch einen Steak! Ab dir schön! Oh, danke! Ich verkack der Wand! Da! Hier eine Hose für dich! Danke! Da vorne war... Hat einer! Hier, da! Loil! Oh, wie süß! Jetzt hat er jemanden... Nixen was darf! Ja, okay! Wir haben halt bessere Sachen, wenn wir das jetzt verlieren! Das wäre echt kacke! Abstamm! Nein! Ne! Ne, lasst sowas da! Das ist fies! Du willst es doch... Dauert noch nie! Ich?! Nein! Ich hab noch nie abgestoppt in meinem Leben! Genau! Ich glaub, der ist nicht so gut! Der läuft komisch! Der läuft dreieckig! Der läuft dreieckig! Oh! Dieser Boost! Und ist deine Aufnahme los? Ja! Nein! Hat leider auch keinen Boken! Ich hab einen, aber ich glaub, der ist nicht so low, oder? Ja, zwei, drei Hits und dann einmal ans Wasser gefallen! Das ist ne Eis-Runde, würd ich mal fast sagen! Alter! Der Typ! Oh, wie süß! Willst du den? Willst du den haben, oder? Joa! Okay, was machen wir? Hast du dein Schwert verzaubert? Nein! Halt doch auf! Ich bin verlobt! Du bist so kacke! Echtes?! Ja! Oha! Warte! Ähm, hier nimm mal dein Steinschwert! Pack die Lederhosen aus! Okay, was? Jetzt darf ich... Bereit? Nein! Arschloch! Guck mal! Du bist doch eine Frau, ja? Und ich weiß, wie ich dich um den Finger wickel! Hier! Na Spaß! Jetzt bin ich wieder gut! Okay, lass's go machen! So klappt das im Leben, Alter! Okay, lass's go machen! Ihr bist bereit! Okay, go! Hey! Oh, ich legge... Oh! Bitte nicht schwitzen, danke! Ja! Jawoll! Sarah! Sarah! Sarah, geh! Hey, als ob Sarah! Easy! Ich war's, Gigi! Oha! Auf jeden Fall, Leute, war's mit der Runde! Ciao! Auf jeden Fall bei Marc vorbei! Da haben wir auch übrigens vor ein paar Tagen Video aufgenommen! Ihr könnt ja da mal ein Like da lassen! Und wenn es euch gefallen hat, lasst ihr auch ein Like da! Vielleicht noch mehr 369 Likes! Das war's von dem Video! Haut rein! Ciao! Tschüss! Ciao!